Hallo liebe Sportlerinnen! Ob Zumba-Fitness oder Laufen, in der Aktiv-Long-Tide von Adidas findest du eine vielseitige Begleiterin. Das weiche und leichte Material ist sehr flexibel und außerdem mit Klima-Light-Material ausgestattet. Dieses sorgt dafür, dass der Schweiß immer sofort vom Körper weg transportiert wird, sodass du beim Sport immer angenehm trocken bleibst. Der breite Bund erhöht den Tragekomfort und ist aufgrund der Kordel auch individuell einstellbar. Gerade beim Fitnesstraining ist es sehr sinnvoll, wenn sich die Tasche auf der vorderen Seite der Hose befindet. Hier kannst du deinen Schlüssel oder die wichtigsten Utensilien unterbringen. Die Farbkombination und die klassischen drei Streifen von Adidas geben dieser Hose einen tollen Look. Die Aktiv-Long-Tide von Adidas unterstützt nicht nur dich beim Sport, sondern auch die Aktiv-gegen-Krebs-Stiftung von Adidas. Du bekommst diese schicke und funktionelle Long-Tide natürlich in deiner Runnerspoint-Filiale oder hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.